Hi ich bin Petra und das ist mein Kanal Petra Goes Outdoors. Heute möchte ich euch meinen neuen Topf zeigen und wenn euch das interessiert dann bleibt doch dran. Das ist mein neuer Topf. Ihr habt ihn vielleicht in meinem letzten Video gesehen, denn es ist nicht nur ein Topf, sondern es ist auch gleichzeitig eine French Press. Der Topf kommt mit dieser Tasche. Es gibt oben einen Verschluss. Das ist der Topf. Er hat einen Handgriff, aber wenn ihr möchtet könnt ihr ihn auch über das Feuer hängen. Wie ihr sehen könnt, ist es eine French Press. Damit könnt ihr unterwegs oder wo auch immer einen Kaffee kochen. Wenn man das möchte, kann man den Griff auch abschrauben und gegen einen anderen austauschen. Beziehungsweise man kann einen anderen Halter an den Deckel schrauben und könnte den Topf dann auch ohne die French Press benutzen. Ich mag diesen kleinen Topf sehr. Man könnte auch Nudeln oder Reis darin kochen. Wie gesagt, halber Liter sind zwei große Tassen Kaffee und das ist schon ordentlich. Ich blende euch alle Informationen zum Topf im Video ein, beziehungsweise in der Infobox könnt ihr das nachlesen. Wie gesagt, tips sind uns schnell die sich immer in diesem Modf und in unseren Tä sons coordinates. codedle creier zu handeln. Wenn du mit euch Money dabeiьют, dann pense um meine Kache zu holen. Wenn du mit euch drin wit, dann würde ich gut Vamos zin und vergleichter. und ich dank dir jetzt schonNI Mischung irgendwann die ich ident strike habe, das war's für 128 Jahre sieht aus dem Tot ум. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.